ja und damit willkommen zurück state of decay 2 wir machen uns auf den weg zur starken fuhrgebirge ich habe einen Schotten. Ich hoffe, dass dein Fahrzeug gut ist. Kein Rad. Danke für die Hilfe, Doc. Kommst du zurück, mir geht's dagegen. Ich bin runter. Ja. Kein Armee mehr, oder? Also, wie können wir jetzt überleben? Hey, komm mal. As long as wir zusammen, wir können alles durchführen. Du kannst nichts tun. State of decay 2. Sorge dafür, dass du genug Bettungen für die ganze Landschaft hast. Menschen überlegen die Schwangerschaft. Ja. Ich glaube, dann gibt's auch Streit. Nein, das ist mein Bett. Nein, das ist meins. Das urneite neue Versuch ins Restaurants, Bads oder in medizinischen Ortigen wie Kliniken oder Apotheken. Hm. Paar Jahren. Hm? Da wird halt was, ne? Wir haben ja gefunden. Wir haben schnell getrennt. Wir haben ja fast Zeit Zeit geschehen. Wir müssen das Schotten nicht helfen. Wir müssen uns entspannen. Wir haben jeden Tag vorhanden. Jetzt sind wir das Schotten. Wir müssen den Schotten. Wir müssen ein Platz halten. Wir müssen den Schotten, zusammen nach Hause, hessen. Wir müssen uns jetzt ein Platz setzen. Für once the army and I agree. It's time to get off the road and find a home Someplace we can build what we need to keep your friend from dying Ja, das ist klar Ja, auf Freude können beitreten I saw a decent home site right before we ran out of gas Sounds like a plan. We shouldn't stay out here for long Uh-uh I saw a cool steam Doc weiß, was sie tut. Du wirst schon wieder Listen, take a seat. Relax. Leave this place to me. Damn right Hey Was he tut mir. Du wirst doch mal Oh If you see, they don't see anything Oh 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 I guess it's something Okay Okay Für diesen Charakter wechseln bis zu uns, gut, Leute Vielleicht brauchen wir die nur... ...wohnen... 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 ...kling wir mal hier hoch vor allem bio ... ...gcano es hier Okay Okay Oh Ich muss auch Informieren ... ... Dass wir nochhoste Für heute. Was sind die jetzt eigentlich mit mir, die Botten da oben? Die Musik kann man ruhig auf halb machen, das reicht ja. Ich glaube, wir kommen dann später nochmal her. Ich habe definitiv gesehen, die Plaguezonen. Was ist das denn? Ah, das sieht aus wie Benzin. Perfekt. Jetzt gehen wir zum Auto wieder hoch. Okay. Wenn ihr werdet, dann geht es weiter. Verband können wir noch reinlegen. Ok, Benzin. Ok. Toolkit nötig. Ok, na gut, wir haben erstmal Benzin hier reingelegt. Was haben wir noch drin? Und surfen. So, leg mal Benzin mal wieder zurück, das nehmen wir wieder mit. Schaltkreise brauchen wir nicht unbedingt. Das tun wir auch noch rein, so. Ok. Dann lassen wir das jetzt da. Und nochmal ein Toolkit. Wenn ich da mal hier gleich ein Toolkit habe, dann können wir mit dem Auto direkt rein fahren. Oh, das ist ja super. Nope. Let's get searching Samen können wir auch noch mitnehmen. Noch mal sagen, finde ich super. Ok, was haben wir hier? Dämon nicht erfüllt. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Nahrung. Das packen wir mal in eine Saule rein. Ok, geht nicht. Das ist eine große Nahrung. Ok. Ok. Da haben wir Schrauben drin, wir können es halt nicht mitnehmen. Cool, auf der Straße ist es ziemlich leise zu laufen. Da oben ist auch noch irgendein Haus. Hey, das Sight könnte hat base potential. Once we clear out the zombies, we can get a closer look. Ah. Zombies fairs. Get your head over there! Okay... Can't do it! Let's go! Let's go! How many times do you think people have lived here? Don't think about that shit! It'll just fuck you! Do you have all the zombies in this standard? Okay... Let's go first down... Let's go first down! Let's go first down... Lunch pool. Okay. Now that you've found us a good home, our next priority is to build an infirmary. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Unfortunately, we don't have all the resources we need to build it. For example, it's like in a mirror. We already had it before. I've earned enough attention to my recruiter to help the citizens. Okay? Okay, we can also create packs here. Too much man! Oh? Produzif-zuverlegge Munition. Oh, that's maybe not. Okay. 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 Okay, what's here? Okay. Krankenstationen und Zeugs bauen, ok. Menü? Die liegen hier und schlafen, die wohnen sich aus. Wo ist er denn? Was ist der schwarze? Das ist die. Hm, wollen die mich jetzt veräppeln? Hm. Nice. You're graceful. Oh mein, ich noch was. Das war ja hier, ne? Ja. Okay, haben wir hier alles rein. 29er, was hat die hier? Hm. Das ist ein Zeugner. Das ist ein Zeugner. Das ist ein Zeugner. Das ist ein Zeugner. Und die Krankenstation wird die Blutzeuge, äh... Und wir wissen auch schon, wann wir das kriegen. Ja, okay. Die sagen bestimmt was. Wir haben es aber vor uns ins Auto gelegt. Das ist ein Zeugner. muss gar nicht es ist was i like to see Ja, so wird er findet. Ausdauer, da ist dein Energie drin, cool. Das ist zu viel, Mann. Dann müssen wir direkt wieder zurück rennen. Wieder ablegen, wieder Sachen mitnehmen. Dumme Schrauben, können wir schon Sachen reparieren, warte mal. Gehigkeiten. 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 Okay, wahrscheinlich erst wenn es ganz kaputt ist. Dann müssen wir das mal da noch... Wie er die Tür noch aufhaut. Okay, jetzt kommen wir das mit mir. Oh, der hier rumgekrochen ist zu mir schon. Oh, da können wir uns gleich wieder zurückrufen. Oh, der hier rumgekrochen. Signalverstärker. Können wir noch nicht machen, okay. Na, Kollege, kommst du da rüber? Nö, ne? Nö. Boah. Okay, das können wir ja schon. Nö, Moment. Boah, das muss ich jetzt. Oh, hallo. Oh, hallo. That place might have outpost potential. Okay. Wenn du unten abkommst, brennen die Finger. Hm, das ist ja eine große Küste. Schraubchen. Schraubchen. Da, Hamza. Okay, dann... Gehen wir erstmal wieder nach Hause. Hier nochmal gucken. Nicht. Dort muss dann auch nichts, okay. Da, ich mache das wieder nach Hause. Ich bin jetzt doch irgendwie da. Okay, jetzt kommt es wieder nach Hause. Dann kommt es wieder nach Hause. Ich hoffe, dass nichts gehört haben. So, Rucksack, Langehau. Axt, ja. Neun Schuss, die Munition ist nicht schlecht. Da fehlt uns wiederum Platz, ne. Ja, ich glaube, am Anfang reicht es. Oh, auf jeden Fall, da habe ich auch Druck. Oh, das wird hell. Okay, die wollen wir nicht unbedingt anloggen hier. Moralbonus, Espresso zu bereiten. Manu? Da ist die Kiste. Nein. Da ist die Kiste. Oh, das ist wunderbar. Oh, ja. So, da müssen wir das Türchen nicht immer auf dem Zimmer, ne. Okay. Jo, Mama. Bauen wir sie hier hin, oder? Anlage bauen. Ich weiß nicht, was wir noch so alles brauchen. Wie sieht es denn hier hinten aus? Wollen wir sie hier hin? Drinnen oder draußen, kleiner Slot. Draußen großer Slot. Draußen großer Slot. In der meantime, wir sollten uns über mehr Zutaten suchen. Wir können die Radius für organisierte Suche für Dinge, die wir brauchen. Ruhl entfernen. Jeder Überlebende hat ein Funkgerät dabei, mit dem man Hilfe anfangen kann. Wenn du eine Ressource oder ein Rekruten benötigst, um sie mit Hilfe des Funkgeräts auspüren. Und ich überlegen Funkbefehle an, wie Highland Vorräte aufstocken oder Angriffe anfordern. Okay. Machen wir hier den Müll weg, komm. So. Eine schöne Rutsche. Ja, wir werden die bauen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs zu gucken und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. So, eins habe ich noch. Krankenstation ist jetzt fertig. Wir weisen die jetzt noch ein. Und dann, ja. Ich glaube das ist das. Genau. Und dann tun wir die Einweisung. Das ist nicht so gut, als die aktuelle Rekruten zu haben. Aber ich sollte sein, dass ihre Blutpläge auswärts werden kann. Das ist, wenn wir unsere Verbrauchung von Meden auspüren können. Bringst du Blutzeuge in der Arzt auf deine Krankenstation unter, um das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten. Und nach Heilmittelforsorge kann ihr Leben retten. Weil das nicht möglich sein, musst du dich vorher sogar klöten und vorbereiten, solche zu verhindern. Ja. 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 So. Aber jetzt tschüss. Ja. 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 Ja.